So, hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, wir besprechen heute mal das Thema Trading und Chartanalyse. Und was gibt es Besseres, als sich jemanden einzuladen, der tagtäglich in die Charts reinschaut. Ich freue mich, dass heute Jay hier zu Gast ist bei uns, Jay vom YouTube-Kanal Jay Trading. Und erstmal schön, dass du da bist, Jay. Ja, vielen Dank, Steffi, für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein und bin gespannt auf deine Fragen. Ich würde erstmal ganz gerne von dir wissen, vielleicht, dass du noch ein paar Worte zu dir verlierst, wer dich noch überhaupt nicht kennt, was du auf YouTube so machst und genau, warum du ein Krypto bist. Ja, also der Krypto-YouTube-Channel ist Jay Trading. Ursprünglich ist der Name entstanden, weil ich eigentlich viel intensiver auf generelles Trading eingehen wollte, auch Forex Trading, aber irgendwie ist es dann doch sehr, sehr kryptolastig geworden, da das die meisten Leute interessiert hat. Und so ist es jetzt einfach dabei, dass ich sehr viel über Krypto-News einfach auch berichte, wenn Krypto-Unternehmen XY vielleicht eine neue Partnerschaft gegründet hat und so weiter. Oder, ja, und das Ganze verbinde ich eigentlich dann immer mit auch kurzen, knackigen Chart-Analysen, gar nicht zu tief ins Detail da irgendwie gehen, sondern dass es einfach jeder relativ einfach verstehen kann, wann ich auch wie, wo einsteigen würde. In dem Fall natürlich alles unter keine Anlageberatung, aber ja, so wie ich es gelernt habe, stelle ich es in dem Fall dann auch da. Und ja, wie ich zu Krypto gekommen bin, hattest du, glaube ich, noch eine Frage? Genau, seit wann machst du das so ungefähr schon? Ja, also Krypto grundsätzlich die ersten Berührungspunkte hatte ich schon sehr, sehr früh, bin allerdings selber noch nicht eingestiegen, also wirklich aktiv mit YouTube und dass ich eigentlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, nichts anderes mehr mache in meiner Freizeit, das ist jetzt seit 2020. Und den Channel gegründet habe ich Anfang 2021, ja. Cool, also bist auf jeden Fall auch schon ein bisschen dabei, davor auch schon das andere Traden. Jetzt ist für mich so die allererste Frage. Es ist egal, ob ich jetzt trade, hodle oder wie auch immer. Vielleicht erklärst du uns nochmal ganz kurz basismäßig die Begriffe, was verstehen wir unter Traden, was es uns schiebt zum Hodeln, was wir im Cryptospace so kennen. Ja, also eigentlich ganz einfach, wie der Name das im Englischen schon macht, das Traden ist in dem Fall das aktive Handeln, also kaufen und verkaufen immer wieder. Davon, sei das Krypto, seien das irgendwelche anderen Assets, können natürlich dann auch Aktien, Edelmetalle, Futures, was auch immer sein oder eben auch am Forex-Markt mit Währungspaaren. Das ist eigentlich so, ja, der Ursprung, sage ich mal so. Also Krypto-Trading gibt es ja doch gar nicht so lange, logischerweise. Unterschied zum Hodeln, ebenfalls, Hodeln ist ja eigentlich nur dieser Meme-Begriff für Holt. In dem Fall einfach die Kryptos halten oder die Assets in dem Fall halten. Eben der Unterschied, ich kaufe ein einziges Mal mit dem Ziel eigentlich dahinter, das jetzt vielleicht fünf Jahre oder so wegzulegen und dann nochmal wieder drauf zu schauen und zu hoffen, es ist deutlich mehr geworden. Und Traden beschreibt einfach eben diesen aktiven Handel, dass ich versuche, das Top zu verkaufen, unten wieder einzusteigen, dann wieder teuer zu verkaufen und so weiter. Da muss man ja schon ein bisschen Übung haben, dass das auch so klappt, dass man hoch und tief findet. Vorteile beim Traden, Nachteile beim Traden, wenn wir da schon weit sind. Ja, also Vorteile sind natürlich ganz klar. Ich habe die Möglichkeiten, wenn ich natürlich eine vernünftige Strategie habe, in dem Fall deutlich mehr rauszuholen, als wenn ich das Asset einfach nur halte. Denn wenn ich es ganz oben wieder verkaufe, unten wieder einsteige und so weiter, kann ich es natürlich noch deutlich schneller vervielfältigen. Das ist natürlich der Vorteil dabei. Und ja, Nachteil ist aber auch ganz klar, es kann sehr, sehr viel schief gehen, indem man natürlich genau das Gegenteil damit bewirkt, mit Emotionen in den Markt einsteigt und verkauft, wenn man eigentlich gar nicht verkaufen sollte und so weiter und so fort. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man sehr, sehr viel Geld verlieren kann. Insbesondere, wenn dann das Thema Hebeltrading mit ins Spiel kommt, kann ich nur jetzt im Vorfeld schon mal jedem sagen, lasst da auf jeden Fall die Finger von. Insbesondere am Anfang, das kann sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Und ja, das sind so die Vor- und Nachteile beim Trading eigentlich. Man muss aber auch ganz klar den Nachteil vom Hodln in dem Fall mit in Betracht ziehen, weil viele sagen immer natürlich, ja, ich kaufe einfach nur, lege ich das zehn Jahre weg und dann kann ich in Ruhe schlafen. Man muss aber auch da ganz klar sagen, auch das Hoddeln kann in dem Fall einen Nachteil haben, vielleicht nicht unbedingt für den Bitcoin, weil klar, wer vor zehn Jahren Bitcoin gekauft hat und bis heute gehoddelt hat, der hat es sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber es ist häufig so, gerade bei Altcoins natürlich, ist es einfach auch keine Garantie, dass CoinXY in den nächsten zehn Jahren überhaupt noch existiert. Also dieser Gedanke einfach zu sagen, ja, ich kaufe und in zehn Jahren verkaufe, ich hoddle einfach zehn Jahre, ist auch nicht so ganz einfach. Also ich pflege immer zu sagen, es ist ein gesunder Mix aus allem, dass man auch mal in der Lage ist, dann auch, wenn man sich vielleicht eigentlich vorgenommen hat, ich will fünf Jahre mindestens halten, auch zwischendurch mal zu sagen, gerade wenn es dann neue Highs und so weiter gibt, in Chargen das anteilig zu verkaufen auch wieder. Denn es ist einfach keine Garantie, dass das Asset, in das wir investiert haben, auch tatsächlich die nächsten fünf bis zehn Jahre überlebt. Du sagst es schon, das eine ist ja das Art von Hebel Trading, das andere ist dieser gesunde Mix, dass man vielleicht eben nicht ein Asset fünf oder zehn Jahre hält, sondern auch kürzer. Kannst du uns vielleicht mal so verschiedene Formen noch mal kurz erklären? Also den Mix, Swing Trading habe ich jetzt auch schon so ein paar Mal den Begriff gehört, ein Swap, dann gibt es eben, wie gesagt, Leute, die halten zehn Jahre. Was gibt es da für Formen? Ja, also rein prinzipiell gibt es da unendlich verschiedene Dinge, die man machen kann. Ich bin selber auch nicht der direkte Krypto-Trader. Ich nutze zwar die Trading-Strategie für meine Einstiege, aber richtig dieses aktive Trading mache ich wirklich nur am Forex-Markt, sprich mit Währungspaaren, weil da haben wir einfach nicht so viel Risiko in dem Fall, weil der Markt natürlich extrem klein ist noch, der Krypto-Markt im Vergleich zum Forex-Markt. Dort werden ja Billionen am Tag hin und her bewegt. Und so ist es einfach, dass einzelne Personen teilweise wie Elon Musk super viel Einfluss auf den Krypto-Markt oder die einzelne Währungen wie Bitcoin, Dogecoin, insbesondere jetzt wieder, ja, den Einfluss darauf haben. Und sowas gibt es in dem Fall einfach im Forex-Bereich nicht. Das heißt, es ist nochmal deutlich, deutlich risikoreicher, Kryptos zu traden. Daher mache ich das auch wirklich sehr, sehr selten. Hauptsächlich traden natürlich am Forex-Markt. Aber grundsätzlich, es gibt die verschiedensten Begriffe, sei das Swing-Trading, Scalping und so weiter, wo man ganz schnell immer im Sekunden-Chart oder Minuten-Chart ein- und aussteigt. Dann gibt es welche, die nur den 4-Stunden-Chart traden, die nur den Monats-Chart traden. Grundsätzlich sind die Möglichkeiten da unendlich. Dann bin ich ja eigentlich auch schon ein Trader, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt ein Asset und ja, nächstes Jahr verkaufe ich es wieder oder tausche ich ein anderes Asset um. Das ist ja auch schon so eine Art abgeschwächte Form, oder? So in der Art, ja. Im Prinzip ist es ein Trade. Also ein Trade heißt ja einfach nur in dem Fall handeln und indem du einmal kaufst und auch wenn du ein Jahr später verkaufst, hast du es ja so gesehen getradet in dem Fall oder halt geswappt. Geswappt wäre natürlich, genau, den Begriff hatten wir auch noch gerade, wenn du es einfach gegen eine andere Gruppe-Währung beispielsweise tauscht oder eben in den Stablecoin zurück. Grundsätzlich, also jeder, der grundsätzlich am Markt teilnimmt, ist auch irgendwo ein Trader, auch wenn er eigentlich nur Bayern holt betreibt. Wenn du sagst, du tradest nicht so wirklich viel Krypto, wie du es beim Forex machst, kannst du, welche Form des Tradings betreibst du dann? Also wie setzt du Krypto ein zum Traden? Ja, also das Forex-Trading, da habe ich natürlich eine feste Strategie, also der Handel mit Währungspaaren. Die Strategie lässt sich aber auch auf Kryptos kopieren. Ich mache das aus Risikogründen nicht, weil die Märkte einfach deutlich volatiler sind und von äußerlichen Personen, wie gerade gesagt, einfach zu stark beeinflusst werden können. Für mich ist Krypto wirklich nur Buy and Hold, so in dem Sinne. Natürlich schaue ich dann auch, dass wenn irgendein Coin da jetzt 100, 200 Prozent gemacht hat, dass ich ihn dann auch wieder verkaufe, also schon dann den aktiven Trade habe. Dass ich Krypto trade, ist wirklich sehr, sehr selten. Das mache ich nur dann, wenn es wirklich, ja, ich mir da wirklich hundertprozentig sicher bin, jetzt muss eine Korrektur kommen oder jetzt muss der knallen, das geht gar nicht mehr anders. Hast du ein Beispiel jetzt vielleicht für uns? Ein Coin, den du tradest aktiv? Genau, also das ist zum Beispiel der XRP-Chart jetzt. Gehen wir hier mal ein bisschen raus. Also da war es einfach für mich so, wir haben hier die Aufwärtsbewegung gehabt, vorher definierten Zielbereich. Und ja, wenn ein Coin einfach, wie gesagt, so stark prozentual in einem kurzen Zeitpunkt steigt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass er wieder fällt. Sprich, ich hatte hier in dem Fall hier die Short-Position eröffnet gehabt, was auch funktioniert hat. Die erste ist zum Beispiel liquidiert worden. Das bedeutet, ich wurde in dem Fall ausgestoppt, also habe in dem Fall Geld verloren. Ja, die Position hat nicht gehalten. Die zweite allerdings schon. Und Ziel, also man hat immer in dem Fall dann auch einen Take-Profit oder im Regelfall sollte man sich zumindest einsetzen, der dann den Bereich XY definiert. Das war in dem Fall hier dieser Bereich bei mir. und hier heißt, meine Position wurde automatisch geschlossen. Ich habe hier den Gewinn mitgenommen und das ist für mich dann auch wieder ein definierter Einstieg gewesen für eine entweder Long-Position oder quasi für Bayern Hold. Das heißt, ich hätte hier für mich entweder die Möglichkeit gehabt, ich trade das nochmal, dass ich auf Long setze in dem Fall oder ich sage wirklich, nee, ich will es mir jetzt nicht nochmal traden, sondern ich nutze den Gewinn und kaufe quasi das Asset XRP. Also man hat natürlich in dem Fall immer beide Möglichkeiten. Ich kann es traden, dass ich einen Stop-Loss und einen Take-Profit in dem Fall habe oder ich kaufe oder verkaufe einfach nur ganz normal auf, sei das Binance, Coinbase, welche Kryptobörse auch immer. So ist es halt in dem Fall gewesen. Ich habe eine Short-Position eröffnet, direkt mit dem Gedanken dahinter, die Gewinne, wenn ich natürlich Gewinne, Gewinne damit mache, dass ich sie dann auch in das Asset selber wieder reinstecke, um natürlich meinen XRP-Bestand als solches weiter zu erhöhen. Genau, für mich die Frage, du gehst ja mit einer Strategie rein. Sprich, du kaufst XRP zu einem bestimmten Zeitpunkt. Startpunkt A, verkaufst XRP zu einem Zeitpunkt B. In was in US-Dollar, in Stablecoin, hast du irgendwie Handelspaare, wo du sagst, sie sind beispielsweise vorteilhaft beim Trade mit XRP? Ach so. Nee, also das mache ich tatsächlich nach Gefühl. Also wenn ich es trade, ist es sowieso das US-Dollar-Paar. Das kommt ja dann in dem Fall auf den Brokern. Also ich mache das zum Beispiel dort, also man kann es zum Beispiel auch über Binance machen. Da kannst du das Währungspaar aussehen, ob das jetzt BUSD oder USDT ist, was auch immer. Das spielt im Regelfall eigentlich keine Rolle, sofern es halt der Stablecoin ist. Also wenn, dann würde ich es auf jeden Fall mit einem Stablecoin in dem Fall machen oder mit dem Währungspaar, weil ja jetzt das gegen Bitcoin gegenüberstellen, habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht, weil da hast du einfach zwei volatile Seiten, die dir dann da immer natürlich auch entgegenspringen können oder was für dich zum Negativen ausgelegt werden könnte. Und auch dort muss man natürlich schauen, immer jede Börse hat einen Unter- oder jeder Broker, in dem Fall auch, hat natürlich einen unterschiedlichen Spread. Spread bedeutet in dem Fall die Abweichung. Also als Beispiel, nur weil jetzt bei mir in dem Fall, also hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Trading-Paar, hier kann man es sehen, dass es über Bitfinex hier angezeigt wird, von der Börse Bitfinex. So und die Kerze, machen wir es hier einfach mal ein bisschen größer. So, die Kerze hat jetzt zum Beispiel diesen Docht hier nach oben, solange wäre ich natürlich jetzt in der Position drin, wenn mein Stop-Loss bis hier irgendwo wäre. Beispielsweise. So und es kann es aber sein, dass genau das gleiche Währungspaar, XRP, US-Dollar, auf Binance, aber einen Ausschlag hätte, der bis hier geht zum Beispiel. Weil der Spread ist wirklich immer von Börse zu Börse oder von Broker zu Broker unterschiedlich. Dementsprechend die Analysen, die man macht, die sollte man auf jeden Fall mit denen übereinstimmen, wo man in dem Fall dann auch tradet. Warum tradest du jetzt zum Beispiel XRP? Also meine Frage, gibt es Coins, Tokens, Kriptowährungen, wo du sagst, ja, die bieten sich einfach wunderbar zum Traden an. Gibt es Coins, wo du sagst, nee, die würde ich auch nur halten? Nicht wirklich. Also auch das ist so ein bisschen Gefühlssache. Also erstmal generell, Trade ist ja sowieso sehr selten, aber ich würde es auch nur bei etablierten Coins machen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Coin habe, der jetzt erst seit sechs Wochen draußen und so weiter, der ist natürlich noch deutlich, deutlich volatiler als jetzt XRP oder Bitcoin, die natürlich schon sehr, sehr lange jetzt handelbar sind in dem Fall. Und dadurch, ja, je volatiler die sind, desto größer ist einfach das Risiko. In dem Fall würde ich es so oder so nur bei etablierten Coins machen. Also ich habe bisher, was Krypto betrifft, auch nur Bitcoin, Ethereum und XRP getradet. Aber auch da sage ich ganz klar, auch das mache ich nicht immer. Das kann auch mal sein, dass ich ein halbes Jahr XRP nicht anfasse oder so, weil es einfach für mich in dem Fall nicht passt. Also es gibt keinen bestimmten Coin, wo ich sage, genau den trade ich immer oder eben den, den fasse ich gar nicht an. Also das mache ich tatsächlich nach Gefühl. Also wenn das Setup passt, dann passt es. Und ja, das ist mir in dem Fall relativ egal, was der Coin macht, was der Coin kann, welcher Use Case dahinter steckt, welches Unternehmen in dem Fall dahinter steckt. Das spielt für mich keine Rolle. Charttechnisch, für mich erstmal betrachte ich alles auf die gleiche Weise und da muss ich schauen, wenn Setup passt, dann passt es. Manchmal kann es sein, dass es Ewigkeiten nicht passt, genauso wie im Forex-Bereich, der Handel mit Währungspaaren, ist es auch so, dass ich manche Währungspaare, da ist einfach mehr Action drin, wie Euro-US-Dollar zum Beispiel. Das ist das meistgehandelste Paar der Welt. Natürlich, da ist einfach mehr Action im Markt, als jetzt zum Beispiel der australische Dollar gegenüber dem neuseeländischen Dollar oder so. Das kann sein, dass ich so ein Währungspaar teilweise ein komplettes Jahr überhaupt nicht anfasse, weil dort einfach nichts passiert. Wenn der ein Jahr lang nur seitwärts läuft, dann passiert der für mich nichts. Im Grunde, so Meme-Coins tieten die sich ja eigentlich super an zum Traden, wenn man weiß, alles klar, ich zocke jetzt hier mehr und versuche dadurch einfach auch Gewinne mitzumachen. Hast du schon mal sowas probiert? Ja, da kommt wieder so dieses Thema Glücksspiel in Frage. Also Meme-Coin-Trading oder generell Investment in Meme-Coins, das ist nichts anderes als Casino in dem Fall und klar, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache hier bei Dogecoin, mache ich den Trade auf, hätte ich den Gewinn meines Lebens gefahren und so weiter. Aber es kann auch sein, wenn Elon Musk jetzt getweetet hätte, er mag Dogecoin nicht mehr, er verkauft alle seine Dogecoin und packt das in Shiba Inu, dann hätten wir hier genau so eine große rote Kerze gesehen. Und das ist einfach das Ding, warum ich von solchen Sachen ganz klar die Finger lasse. Also Trading mit, am besten mit etablierten Coins, mit guten Handelspaaren und auch er vorher erst mal, du machst ja mal eine Chartanalyse, das ist vielleicht noch ein total wichtiges Thema. Jemand, der sagt, okay, ich will Traden nicht machen, müsste ich mich erst damit auseinandersetzen, gibt es vielleicht Tipps für jemanden, die Chartanalyse basic zu lesen, um einfach zu einem guten, einigermaßen Zeitpunkt einzukaufen? Gibt es da so ein paar Tipps für uns? Auch schwierig, weil auch das ist eigentlich immer sehr, sehr individuell. Also generell zum Trading würde ich sagen, muss man schon das über eine Education-Plattform machen als solches. Also dieses Quick-Tipps bei YouTube und auch so weiter ist immer relativ schwierig, um selber die Entscheidung zu treffen, ganz klar. Aber grundsätzlich nach dem Zitat von Warren Buffett zum Beispiel auch der letzte Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Also in dem Fall, wenn ich natürlich ganz klar sehe, der Coin XY hat jetzt 100, 200 Prozent gemacht, dann fange ich nicht dann noch an zu kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach relativ hoch, dass er wieder fallen wird. Und genauso natürlich auch umgekehrt, wenn Bitcoin jetzt eine 70, 80 Prozent Korrektur hinter sich hat, ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich, deutlich höher, dass er wieder steigt. Das ist das Urprinzip der Börse, Blash, also Buy Low, Sell High. Das ist das Urprinzip der Börse, was aber schon 99 Prozent nicht verstanden haben. Also wenn man allein nach diesem Prinzip handelt, Buy Low und Sell High, günstig einkaufen, teuer wieder verkaufen, dann hat man eigentlich schon mindestens die halbe Miete beim Trading. Dass man einfach schaut, wenn der Coin gerade am All-Time High steht, dann steige ich nicht in den Markt ein und umgekehrt, wenn er relativ am Boden steht, vorausgesetzt, ich glaube natürlich noch an dieses Projekt, dann ist es immer ein sehr guter Zeitpunkt zum Einkaufen. Den 100 Prozent perfekten Einstieg oder Ausstieg finden wir sowieso nie. Finde ich eigentlich immer ganz schön fies, selber zu überlegen, das Meistern der Börse ist ja emotional getriggert und auf der anderen Seite ist es so, dann werden die News alle einen Coin, ja im Grunde, totalen Vordergrund drucken, dann möchte eigentlich jeder am liebsten den Coin kaufen, aber dann ist es dieser Zeitpunkt, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt in die Chart und diese reinschauen würden, vielleicht hat der, ja, vielleicht hat die Kryptowährung schon 100 Prozent plus, vielleicht jetzt noch lieber warten. Das ist ganz schwierig. Wie gehst du mit solchen Situationen um für deine persönliche Research, wenn du jetzt sagst, ich möchte, ja, ich möchte mir ein Projekt anschauen, welches ich investieren möchte? Also da muss man ganz klar die technische Analyse von der Fundamentaldatenanalyse unterscheiden, weil in der technischen Analyse ist es egal, welcher Coin das ist oder was dieser Coin kann oder was dahinter steht, welche Partnerschaften er hat, man behandelt alles auf die gleiche Weise. Fundamentalanalyse sollte man natürlich trotzdem in dem Fall immer machen und, ja, aber die Chartanalyse würde ich sagen, passt eigentlich nicht in das sogenannte Research für die Kryptowährungen ein, weil, wie gesagt, das sind völlig zwei Paar Schuhe. Der Research in dem Fall spielt für die Charttechnische Analyse überhaupt gar keine Rolle, das wird alles auf die gleiche Weise behandelt und wenn ich es traden will, dann mache ich, weil mein Setup passt und nicht, weil mir der Coin gut gefällt oder weil der gerade eine krasse Partnerschaft hat und ich den Partner davon toll finde oder jetzt denke, okay, Amazon pumpt da 100 Millionen rein oder sowas, das spielt dann für mich alles keine Rolle. Also das sind zwei Dinge, die man definitiv voneinander trennen müsste. Schaust du dir, wenn du in die Charts gehst, Wochenchart an, Monatschart, was sind so deine Lieblingsansichten, um mal schnell einen Überblick zu bekommen? Also meine Lieblingsansicht ist tatsächlich der Vier-Stunden-Chart, dann habe ich eigentlich das Aktuelle immer relativ gut im Überblick, kann aber auch noch so ein bisschen zumindest so in die letzten Monate in dem Fall so zurückschauen automatisch, weil Vier-Stunden-Chart bedeutet dann immer jede Kerze, die angezeigt wird, spiegelt vier Stunden wieder und dementsprechend, ja, wenn man so ein bisschen rausnimmt, hat man relativ viel im Überblick. Long-Term-Chart-Analysen hören meine Zuschauer auch immer am allerliebsten, ja, wo siehst du dann den Bitcoin in 2025 und so weiter, da muss man natürlich mindestens mal in den Daily- bis Weekly-Chart reingehen, dass man da wirklich was treffen kann, aber grundsätzlich ich selber, um es zu beobachten, um zu schauen, es ist der Vier-Stunden-Chart, im Forex-Bereich, um das aktiv zu traden, bin ich eigentlich immer am 30-Minuten-Chart unterwegs, weil ansonsten, also beim Forex betreibe ich ja wirklich Day-Trading und da ist mir Vier-Stunden einfach zu viel, zu lange, da sitze ich dann teilweise drei, vier Wochen rum, ohne dass irgendwas passiert, weil mein Bereich dann gar nicht angelaufen wird und so weiter, also ja. Vielleicht abschließend, so angenommen, ich möchte mich jetzt einfach mal so ein bisschen mit dem Trading auseinandersetzen, weil ich es nie getan habe, ich zeige mich dafür offen, ich will die Chart-Analyse ein bisschen kennenlernen, was sind so die ersten Schritte für jemanden, der überhaupt bisher noch nie getradet hat, vielleicht ganz einfach? Ja, ganz einfach ist auch immer so eine Sache, ich muss dir leider den Fragen mal so ein bisschen ausweichen, weil es einfach nie zu pauschalisieren ist, aber ich kann da wirklich nur eine Education-Plattform empfehlen, also keiner wird Profi-Trader oder überhaupt die Basics wirklich zu lernen, dass man damit erfolgreich wird durch irgendwelche YouTube-Analysen, ja auch nicht von mir, auch ich bin nicht in der Lage auf YouTube jemandem das beizubringen, was du auf einer Education-Plattform über Jahre lernst, weil viele haben leider im Hinterkopf immer noch so dieses Get-Rich-Scheme mit Trading, weil es natürlich auch viele von diesen Gurus gibt von wegen ja hier, ich zeige dir, wie du in sechs Wochen 15.000 Euro im ersten Monat machst und so weiter, das war schon widersprochen, ich merke ich gerade. Ja, dann kommt das Hebel. Genau, oder dieses Hebel-Trading-Bewerbung, ich weiß nicht was alles und, aber Trading als solches muss man sich eigentlich eher wie eine Ausbildung, wie ein Studium vorstellen und das dauert einfach drei bis fünf Jahre Minimum, bis man dort wirklich erfolgreich ist und sagen kann, okay, man hat es verstanden, also ich kann es ja nur von mir selber sagen, ich selber habe auch im ersten Jahr Verlust gemacht, ganz klar und das zweite Jahr bin ich ungefähr Break-Even gefahren und ich bin wirklich erst Ende des zweiten Jahres in Richtung des dritten Jahres, habe ich wirklich angefangen, regelmäßig kontinuierlich auch Profite einzufahren und das muss man sich ganz klar vor Augen führen und das schafft man nicht durch YouTube-Analysen oder ein paar YouTube-Videos schauen, ein paar YouTubern zuschauen oder von Instagrammern ein paar Copy-Trades nachmachen oder so, das funktioniert nicht, also man sollte sich da wirklich, wenn man das intensiv lernen möchte, wirklich eine Education-Plattform rannehmen, Bücher zum Beispiel kann ich auch sehr empfehlen, Trading Psychologie heißt das von Norman Wells, da geht es einfach darum, ja die Psychologie dahinter, weil viele denken immer nur, das ist einfach auf Chart setzen, Markt fällt, Markt steigt, aber das tatsächliche Handeln am Markt macht vielleicht 10, 20 Prozent wirklich aus, 80 Prozent mindestens dahinter ist wirklich die Psychologie, wie man damit umzugehen hat, dass man eben nicht emotional handelt, dass man seine Regeln nicht bricht, sich ein festes Regelwerk aufbaut und so weiter und ja, das schaffst du einfach nur, wenn du wirklich aktiv auf einer Education-Plattform dabei bist, bis du hier regelmäßig den Content reinprügelst, Bücher dazu liest in dem Fall und du wirst es nicht mit sechs Wochen YouTube-Videos oder so schaffen, ganz, ganz klar. Es ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass wir einfach da auch, dass du auch aufklärst dafür, dass du sagst, ja, Traden, das ist ein Fulltime-Job, das musst du lernen und Empfehler machen das okay und du musst halt mit dem Risiko auch umgehen lernen. Ich denke, wenn jemand sagt, okay, das ist für mich interessant, dann, ja, dann fängst du einfach mit kleinen Schritten an. Ja, genau, also es ist natürlich immer nervig, wenn man erstmal für eine Education-Plattform ja im Regelfall auch bezahlen muss, ich zum Beispiel habe das auch, ich habe es über IG, Nils gelernt, ich habe 175 Dollar pro Monat dafür bezahlt und das hat ewig gedauert, bis ich auch nur ansatzweise das im Monat verdient habe, um überhaupt die Kosten der Education-Plattformen zu decken ungefähr, aber so ist das halt einfach. Das ist wie im Studium, weil ich sechs Wochen im Medizinstudium bin, bin ich nicht morgen Oberchefarzt und verliehen 10.000 Euro im Monat. Aber das ist genau das, was die Leute beim Trading leider erwarten und das ist einfach nicht der Fall und dementsprechend muss man in den sauren Apfel beißen, gegebenenfalls natürlich auch Geld in die Hand nehmen, um das erstmal lernen zu können. Aber es lässt sich wirklich sehr, sehr gut in den Alltag integrieren, also für diejenigen, die mal sagen, ich habe da gar keine Zeit, so lange das zu lernen und so weiter. Man muss es einfach dafür ersetzen. Ich habe es zum Beispiel auch gemacht, ich habe ein Netflix-Accounte gekündigt und dafür dann abends einfach eine Stunde diese Trading-Sessions von der Education-Plattform mir einfach angeguckt. Das war so in dem Fall dann, klar gab es dann immer Streit mit meiner Freundin, von wegen, wo ich nicht mit auf der Couch saß. Aber ja, so ist es dann halt. Wer das eine will, muss das andere mögen und ja, also ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, das intensivst zu machen und ja. Finde ich richtig cool. Also das zeigt mir wieder so, jemand, der wirklich Lust und Spaß und auch Faszination an so einer Sache hat, ich glaube, der bleibt noch dran und der schafft es dann, so diese Durststrecke, bis man mal ein paar Erfolge hat, mitzunehmen. Total. Also ich denke, ich kann für jeden Trader sprechen, wir sind am Anfang alle durch die Hölle gegangen. Ich habe das erste Jahr auch Verlust gemacht, es gab schlaflose Nächte, ich habe 700 Mal am Tag das Portfolio gecheckt, ich war sauer auf den Chart, warum habe ich diesen Trade eingegangen und so weiter, aber das gehört dazu, da muss jeder durch. Wenn er es wirklich lernen will, muss da jeder durch. Also Fehler sind da, um gemacht zu werden, weil ansonsten kann man auch nicht daraus lernen. Ja. Klasse dir. Vielen, vielen Dank für die Paar Einblicke. Also ich finde es unglaublich interessant, von jemandem einfach mal ein bisschen was darüber zu erfahren, der sich einfach schon so viel damit auseinandergesetzt hat. Für euch, ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen und ja, Jay hat einen mega coolen YouTube-Kanal, da hält er euch genau über solche Themen auch auf dem Laufenden, das heißt, auf jeden Fall unterstützen, gerne bei ihm, Like da lassen und ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute, Jay. Ich danke dir fürs Interview, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und noch ganz viele erfolgreiche Trades in dieser Woche. Ich hoffe doch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.